Herzlich willkommen zu diesem Excel-Kurs für die Produkteingabe, Produktlisten und der Dateneingabe. In diesem Kurs schauen wir uns an, wie wir dateneffizient eingeben können in Excel, wie wir aktuelle Wechselkurse aus den Web-Queries in Excel importieren können. Das bedeutet, wir machen mit Excel eine Web-Abfrage, wo wir die aktuellen Kurse importieren können in eine eigene Liste und diese dann weiterverarbeiten können. Wir schauen uns überdessen an, wie wir Datenüberprüfungen in Zellen erreichen können, sodass wir Fehleingaben vermeiden können und dadurch eben auch effizienter arbeiten können. Des Weiteren schauen wir uns auch an, wie wir doppelte Werte anzeigen können, hervorheben können und auch verhindern können. Denn oft ist es nicht gewünscht, dass wir doppelte Einträge in Excel-Listen haben. Wir schauen uns außerdem auch an, wie wir mit Maßeinheiten in Excel umgehen können, wie wir Maßeinheiten umwandeln können und berechnen können. Und wir schauen uns natürlich auch an, wie wir dann Versandkosten berechnen können, anhand von Gewicht, von Preisen und ab einem gewissen Preis können wir es dann auch versandkostenfrei anbieten. Und das lassen wir alles über Excel-Formen automatisch berechnen. Wir schauen uns auch an, wie wir mit sehr großen Zahlen arbeiten können, denn da gibt es bei Excel auch immer wieder einen Nachholbedarf. Und hier passieren dann oft Fehler, wenn wir wirklich mit großen Zahlen arbeiten. Des Weiteren schauen wir uns auch an, wie wir negative Zahlen bearbeiten können und wie wir mit negativen Zahlen in Excel-Tabellen hantieren können und wie wir eine Rangreihenfolge hier bewerkstelligen können und die höchsten und niedrigsten Werte einer ganzen Spalte ermitteln können. Wir schauen uns auch an, was wir mit der S-Verweise alles anstellen können und wir kombinieren S-Verweise mit Vergleich, mit Index-Funktionen und zu guter Letzt machen wir auch S-Verweise über mehrere Spalten hinweg, sodass wir nicht nur einen S-Verweis-Kritikpunkt haben, sondern mehrere parallel haben und dann die richtigen Antworten kriegen. Dazu nutzen wir auch die Matrix-Funktionen, die Excel uns bietet und wir schauen uns dann auch an, wie wir das Ganze auch ohne Matrix-Funktion umsetzen können. Des Weiteren gibt es dann im Excel-Kurs noch viele weitere Tipps und Tricks, die Sie dann weiter zum Excel-Profi werden lassen. Dieser Kurs ist darauf ausgerichtet, dass er sich auch beruflich orientiert. Das heißt, auch wenn Sie im Sekretariat tätig sind zum Beispiel, dass Sie hier effizienter arbeiten können oder wenn Sie in der Buchhaltung arbeiten können, dass Sie hier auch mit den Zahlen hantieren können oder ganz einfach, wenn Sie Interesse haben, das privat zu lernen oder auch für den Computerführerschein vielleicht umsetzen zu wollen. Der Kurs richtet sich jetzt nicht an Anfänger, sondern eher an fortgeschrittene Excel-Anwender. Für die Anfänger gibt es einen eigenen Kurs, den ich hier auch bereitstelle und ich würde mich Sie dann freuen, im Kurs bald wieder begrüßen zu dürfen. Also bis dahin, viel Spaß noch beim Durchschauen der Previews und bis zur ersten Lektion.